Ich glaube, das wird hier eine sehr ausgeglichene Partie. Beide punktgleiche in der Tabelle. Wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Yaya Toure, ganz starke Aktion vom Torhüter. Es gibt Ecke für Barcelona. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Sehr gut, Ibrahimovic. Jetzt schießt er. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Nun Chicharito. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Sandi Gazzola. Ohne Ibrahimovic. Pass er jetzt in der Offensive. Abgefangen, gut gemacht. Er spielt den Steilpass. Und er gewinnt den Zweikampf. Der FC Barcelona holt sich den Ball zurück. Zlatan Ibrahimovic. An ihm wird heute, ich will nicht sagen, alles, aber doch sehr viel hängen. Einer der besten Spieler der Welt, gar keine Frage. Vor allem, wenn man sich an... Ibracadabra! Ein fantastisches Tor. Der knallt nicht einfach wild drauf, sondern spielt den Ball klug mit dem Innenriss. Genau die richtige Entscheidung, sehr überlegt gemacht. Jetzt geht's hier richtig los. Elf Minuten rum und das erste Tor ist gefallen. Bender. Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Da kann er ihn stoppen. Und jetzt haben sie den Ball. Sandi Gazzola. Ibrahimovic mit Ball Richtung Strafraum. Klassen. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Juan Cuadrado jetzt. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Wird das seine Torchance? Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Ball bei Gazzola. Fairer Einsatz hier. Gazzola jetzt am Ball. Yaya Touré. Und nun Gazzola. Bradley. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Dani Alves. Klasse Technik. Das könnte die Chance werden. Und jetzt die Chance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und Sandi Gazzola. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Jetzt vielleicht. Sandi Gazzola. Barcelona bekommt eine Ecke. Da passt er auf und kann klären. Und Chicharito. Abwehr hat aufgepasst. Und nun Gazzola. Das macht er gut. Cuadrado. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Bellarabi am Ball. Sehr guter Einsatz. Ja, ja, Touré jetzt. Das könnte der Gelegenheit werden. Super Einsatz. Er holt den Ball. Jetzt ist der Angriff doch gestorbt. Der Gegner hat den Ball. Insigne. Klassen. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe. Ballbesitz. Sicherheit. Zermürbend für den Gegner. Cuadrado. Bradley. Fehlt was von Touré. Ibrahimovic jetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt vielleicht. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Jetzt Santi Gazzola. Touré. Jetzt, ja, ja, Touré. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung. Ibrahimovic. Und da klingelt es im Kasten. Das hat Ibrahimovic richtig stark gemacht. Klasse Abschluss. Und da macht er sein zweites Tor. Jetzt steht es 2 zu 0. Das dürfte ihn Ruhe geben. Klasse. Klasse Zuspiel hier für Storridge. Storridge. Fällt das Tor doch noch. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Touré. Scheinbar. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Das sah gut aus bis hierhin. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Und Santi Gazzola. Und Santi Gazzola. Storridge. Und jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt müssen sie aufpassen. Santi Gazzola. Und jetzt kann es gefährlich werden. Spiel. Und jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt müssen sie aufpassen. Santi Gazzola. Und jetzt. Santi Gazzola. Santi Gazzola. Den Ball holt er sich. Santi Gazzola. 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 Wender. Santi Gazzola. Santi Gazzola. Santi Gazzola. Jetzt wird's gefährlich. Da. Der FC Barcelona bekommt den Freistoß. Er sieht müde aus. Vielleicht wäre jetzt ein Wechsel sinnvoll. Da gewinnt er den Zweikampf. das wird freistoß gegen barcelona geben jetzt muss er aufpassen er sieht die gelbe karte vertretbare entscheidung der schiri stand gut können sie jetzt einen angriff auf 10 guter passt gehalten ganz stark Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Jetzt müssen sie aufpassen. Da kann er ihn stoppen. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Insigne! Knapp daneben und da hätte der Torwart nicht viel ausrichten können. Redlay. Barcelona mit dem Angriff. Abseits von Ibrahimovic. Goretzka. Nachspielzeit sind drei Minuten. Jetzt Quadrado. Da holt er den Ball zurück. Goretzka. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt... Kurz vor Schluss gibt es noch einen Freistoß. Insigne. Jetzt Chicharito. Das Spiel ist... Das war nur ein Sturm.